hallo da wären wir wieder hallo hallo ich gucke gerade zur seite weil ich versuche was abzulesen so als nächstes haben wir wie stefan wollner eigentlich komplett fachfremd er ist nämlich versicherungsbetriebswirt zum programmieren und auch zum basteln mit elektrotechnik und elektronik gekommen ist das fand ich ganz interessant und er wird euch gleich ein bisschen über raspberry pi erzählen und was er so damit macht es geht im ich weiß gar nicht jetzt heute schon um schildkröten das ist das ist das nächste aber ich denke ein bisschen was wird er trotzdem dazu erzählen wie was er damit nun wirklich macht also bleibt dran und lasst euch überraschen besonders interessant wahrscheinlich für alle die noch nicht so fit sind mit linux insgesamt mit raspberry pi und programmieren elektronik alles also ist so ein rundum schlag mit einem möglichen ist ein schöner einstieg so ein bisschen mal ins programmieren ins hacken reinzukommen so ganz ganz grob kann man sich schon ein bisschen als hacker dann bezeichnen je nachdem ich würde sagen wir gehen noch mal ganz kurz in die pause und dann geht der nächste vortrag direkt weiter bis gleich mein name ist stefan wollner ich möchte euch ein bisschen was zu den grundlagen zu dem raspberry pi erklären erst mal ganz herzlichen dank dass ich überhaupt da sein darf und etwas auf den linux tagen präsentieren darf ich selbst nutze linux wie auch windows und ich bin eben über den raspberry pi zu linux gekommen und ich möchte ein bisschen was dazu erzählen dass man eben den raspberry pi auch als erste möglichkeit um in linux einzusteigen eben sehen kann bei mir war das ganze zwangsläufig warum zeige ich euch dann auch später noch in ein paar projektbeispielen und wir gehen aber als allererstes mal vielleicht auf meine person ganz kurz ein wie gesagt ich bin der stefan wollner ich bin 37 bin verheiratet und ich bin versicherungsbetriebswirt also ich habe mit technik programmierung elektrotechnik und hast du nicht gesehen eigentlich wenig zu tun das heißt ich bin eigentlich wie die meisten jetzt sicherlich hier zuhören eben linux anfänger und ab meine erfahrungen mit linux gemacht im guten wie auch im schlechten allerdings ist es muss ich ehrlicherweise sagen mehr im guten ich selbst bin hobby bastler ich habe keine kinder aber ich bin eben stolzer besitzer einer schildkröte und später in unseren beispielen die ich vielleicht auch einmal bringen werde sieht man eben warum die schildkröte und warum raspberry pi und überhaupt das hat quasi alles in zusammenhang gut ich würde sagen starten wir einmal mit den grundlagen zum raspberry pi was ist denn das überhaupt ein ein raspberry pi ist ein ganz kleiner computer auf deutsch gesagt und auf diesem computer ist ein soc also ein system on a chip verbaut in diesem soc sind verschiedene einheiten enthalten die normalerweise in einem computer einzeln vorhanden sind in einem echten computer das heißt zum beispiel die grafikeinheit und weitere steuerungseinheiten die sich sonst manchmal auf dem mainboard von dem rechner befinden sind eben komplett zusammen in einem chip verbaut das nennt man eben soc die meisten kennen sowas vielleicht aus ihrem handy auch ein handy hat eben ein soc verbaut und die architektur von diesen socs ist meistens basierend auf der arm architektur die platine von dem raspberry pi die ist ungefähr so groß wie eine kreditkarte solange die kamera eben noch anders zeige ich euch auch einfach mal ein ein gerät in live da hängt jetzt noch ein bisschen was dran weil ich gerade selber noch ein bisschen was basteln das ist quasi ein raspberry pi das modell b in dem fall und version 4 aber zu den einzelnen modellen da komme ich jetzt eben auch gleich noch gut zur hardware von dem raspberry pi er besitzt eben wie ein normaler computer auch eine cpu eine gpu und diesen raspberry pi gibt es auch in verschiedenen größen vom arbeitsspeicher es gibt wie ich vorhin gerade eben schon gesagt habe verschiedene modelle von dem raspberry pi und jedes modell hat unterschiedliche anschlüsse oder ausstattungen das ist wichtig zu wissen wenn man eben mit dem raspberry pi zum beispiel starten möchte um das ganze vielleicht mal als desktop ersatz zu nutzen ich diese anführungszeichen sind bewusst gewählt raspberry pi ist nicht sehr 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 stark und produktives arbeiten auf dem gerät macht wenig spaß aber er ist auf jeden fall schon mal dafür da ich kann linux relativ einfach installieren und zwar viel einfacher als das was wir jetzt eben gerade gesehen haben ich kann auch verschiedene linux versionen probieren das auch relativ zügig vom wechseln und er ist eigentlich der perfekte einstieg wenn man eben das richtige modell wählt wie gesagt je nach modell gibt es eben welche die haben usb ports die haben lan anschlüsse die haben auch wlan mit an bord das bild was man jetzt eben hier sieht ist ein raspberry pi 2 gewesen also ein älteres modell aber auch da sieht man eben schon dass usb anschlüsse vorhanden sind bei dem bild sieht man eben auch dass der raspberry einen hdmi ausgang besitzt bei dem den ich euch gerade gezeigt habe das kleine modell falls die kamera irgendwann auch mal sagt dass das gesicht nicht mehr scharf gestellt werden soll findet man hier oben zwei mikro hdmi ausgänge also das heißt man kann da sogar zwei bildschirme anschließen deswegen es gibt verschiedene anschlüsse und auch unterschiedliche größen und weiterhin hat der raspberry pi normalerweise einen dsi ausgang das ist ein display serial interface oder einen csi eingang es ist quasi ein kamera serial interface das heißt man kann eben an diesen anschlüssen jeweils eben entweder ein display anschließen oder halt eine kamera eine normale kamera als eingang mit nutzen gut das erstmal zu den ganz ganz groben grundlage von dem raspberry pi was die hardware betrifft gehen wir mal auf die einzelnen modelle ein wir beginnen am sinnvollsten mit dem modell das ich euch empfehlen würde falls ihr damit eben anfangen wollt das ist der raspberry pi 4 modell b also das ist quasi schon die vierte version und das modell b ist eben im prinzip die version die am besten ausgestattet ist er ist auch dadurch der schnellste weil er den modernsten chip verbaut hat also den modernsten soc er besitzt vier kerne hat unterschiedliche größe vom arbeitsspeicher ganz am anfang gab es noch ein modell mit ein gigabyte das gibt es mittlerweile nicht mehr danach geht es weiter mit zwei vier oder acht gigabyte arbeitsspeicher es stehen dann verschiedene anschlüsse eben zur verfügung eine gpio leiste was das ganze ist werde ich euch später noch mal ganz kurz erläutern er hat zwei usb 3 anschlüsse zwei usb 2 ports einen gigabit ethernet port und zwar einen vollwertigen der direkt an dem soc angebunden ist er hat zwei micro hdmi ausgänge die tatsächlich auch 4k support bieten und zwar beide ausgänge das heißt wenn man einen monitor anschließt der eben eine 4k auflösung hat dann würde er 60 hertz darstellen können wenn man zwei monitore mit micro hdmi anschließt dann sind es 30 hertz er hat auch gleichzeitig wlan und bluetooth an bord und hat eben diese beiden vorher genannten schnittstellen csi und dsi und hat auch zusätzlich noch einen kleinen 3,5 zoll klinken ausgang der eben dann dafür da ist dass man beispielsweise audio herausbekommt das audio was da rauskommt ist natürlich jetzt keine hi fi klang qualität aber auch dafür gibt es dann lösungen da gehe ich später auch noch mal darauf ein ganz kurz das ist quasi das modell was am gängigsten ist das ist am populärsten das ganze kriegt man auf jeden fall auch ganz gut her ich persönlich würde empfehlen wenn ihr da kommen wir auch später noch mal drauf eine grafische oberfläche benutzen wollt also das was eben gerade gezeigt worden ist dass man eben mindestens das modell mit vier gigabyte welt ob man dann eben sich die acht gigabyte gönnen möchte muss man für jeder für sich selbst eben überlegen gut gehen wir aufs nächste modell das ist dann nicht das populärste aber für das kleinste und auch langsamste modell das ist der raspberry pi zero der hat einen relativ alten soc verbaut der auch nur ein kern hat und auch natürlich vom takt etwas langsamer ist der arbeitsspeicher beträgt fix 512 megabyte aber auch dieser raspberry hat eben diese 40 pin gpio leiste er hat einen mini usb to go port das ist einer von den beiden und zwar wenn man sich das bild genauer anschaut das ist wenn man die maus jetzt gerade sieht der hier eben an dem hat man die möglichkeit einen usb hub anzuschließen und hat dadurch dann eben wieder mehrere ganz normale usb ausgänge zum beispiel zur verfügung wo man maus und tastatur anschließen könnte er hat einen mini hdmi anschluss eben auch um ein bild auszugeben das aber nicht mehr unter 4k läuft sondern eben nur noch full hd er hat wlan und bluetooth an bord mittlerweile und er hat eine csi schnittstelle an bord das ist das kleinste modell das sollte eigentlich irgendwann mal bei fünf dollar liegen ich denke mal in deutschland kriegt man für knapp zehn euro also es ist gerade zum einstieg super günstig eben um das ganze zu probieren was man natürlich immer noch braucht vielleicht habe ich jetzt das ganze schon vorweggenommen man sieht es ist nirgendwo ein serial rta port vorhanden das heißt man kann keine normale festplatte anschließen der raspberry pi benutzt als festplatte eine micro sd karte und das ist auch dann das geheimnis warum der raspberry pi relativ einfach zu installieren ist wie gesagt wie das funktioniert das zeige ich dann eben später noch ich habe mich auch bewusst für das betriebssystem windows im moment entschieden weil wenn dann die meisten umsteigen würden wollen sie sicherlich einmal sehen wie schaut es denn aus wenn ich das ganze aus windows heraus mache und eben nicht aus dem bestehenden linux heraus gut gehen wir zum nächsten modell das ist im moment ganz aktuell auf dem markt erst gekommen das ist eine verbindung von etwas was die raspberry pi foundation eben herausgebracht hat die und zwar hatte sie mal eine tastatur für den raspberry pi entwickelt die ganz normal über den usb port angeschlossen werden konnte und hat in diese tastatur einen raspberry pi integriert der nennt sich raspberry pi 400 dieser raspberry pi nutzt wieder den soc von dem modell b als ist von dem erstgenannten modell also ist auch sehr zu empfehlen hat fix vier gigabyte arbeitsspeicher also da gibt es keine variation sondern eben diese vier gigabytes sind fest er hat ebenfalls eine 40 pin gpao leiste das ist die leiste die man hier vielleicht ganz gut sieht die wird hier wie mit einem alten festplattenkabel würde ich jetzt einfach mal behaupten anschluss herausgeführt wieder die spezielle bezeichnung heißt weiß ich gar nicht er hat zwei usb 3 ports einen usb 2 port der zweite usb 2 port der der ist weg gelassen worden der ist der wird dafür genutzt um eben die tastatur direkt intern anzubinden er hat auch einen gigabit line port hat wie eben auch der große die zwei micro hdmi 4k ausgänge und wlan und bluetooth das modell ist eigentlich wenn man weniger weniger zum basteln er dafür da dass man sagt okay man kann vielleicht wirklich den raspberry als ersatz für seinen normalen pc nutzen das nächste modell ist auch schon das letzte was ich eigentlich vorstellen möchte ich gehe bewusst nicht auf ältere modelle eben ein weil man die zum teil nicht mehr aktuell kaufen kann und die raspberry pi es an sich kosten eigentlich immer so dieses modell b was ich eben empfehlen würde so um die 35 euro kommt auch wieder auf die auf die ram ausstattung natürlich an wenn man jetzt neu einen kauft sollte man sich natürlich auch den neuesten kaufen deswegen lasse ich die älteren modelle weg nichtsdestotrotz wer ein älteres modell hat muss ich nichts neues kaufen auch die älteren modelle funktionieren ich habe dieses vierer modell für mich jetzt zum testen einfach deswegen weil er am schnellsten ist wenn ich mal programme kompilieren oder was neues installieren weil das mache ich dann öfters auf dem gerät weil ich es vielleicht doch einmal kaputt macht das betriebssystem auf meinen in meinen projekten laufen meistens relativ alte raspberries weil die halt einfach meistens nichts zu tun haben ok gehen wir aber noch mal weiter auf das modell hier jetzt ein das ist das raspberry compute modul es ist eine sehr spezielle variante von dem raspberry pi er ist eigentlich oder dieses compute modul ist eigentlich auch nicht unbedingt prädestiniert dafür um es als test plattform für sich selbst zu nutzen sondern das ist eher dafür entwickelt worden um hardware hersteller wie zum beispiel nc oder embedded systeme das den raspberry pi einzubinden und zwar ist es so nc hat zum beispiel bei ihren fernsehern und das ist jetzt übertrieben das ist gar kein fernseher das ist so ein display was eigentlich 24 7 support eben hat raspberry pi es verbaut eben als direkt als media player intern verbaut und dafür haben sie eben zum beispiel so ein compute modul genutzt wenn man das compute modul kauft kann man so wie es jetzt ausschaut das ist recht klein das ist so klein wie eine kreditkarte ungefähr gar nicht nutzen sondern man braucht dafür eben ein ioboard nennt sich das ganze wo man dieses kleine gerät wieder aufsteckt und auf diesem ioboard da sind dann eben alle schnittstellen vorhanden und werden nach außen geführt dass man sie normal anschließen kann also sprich usb grafikanschluss und als besonderheit bei dem compute modul hat man sogar eine richtige ganz normale pci express line die man nutzen kann und da eben auch ganz normale karten anschließen kann die pci express unterstützen da gibt es einen im internet der das ganze auch relativ häufig probiert über dieses ioboard was man eben mit diesem raspberry pi machen kann und mit dieser schnittstelle der nennt sich chef gerling der betreibt einen relativ bekannten youtube channel über den raspberry pi und der probiert zum beispiel grafikkarten als beispiel mal oder netzwerkkarten und zwar zehn gigabyte netzwerkkarten beispielsweise an den raspberry pi anzubinden indem dass er eben auch zum teil den den kernel neu kompiliert um eben die treiber zu installieren und er stößt auf ganz viele andere probleme das ist meistens sehenswert kann man sich auf jeden fall mal anschauen und auch da lernt man dann was wie linux an sich aufgebaut ist also auch empfehlenswert gut die ausstattung von diesem compute modul selbst ist recht unterschiedlich und kann sehr an die bedürfnisse von dem jeweiligen hersteller angepasst werden das heißt es gibt die modelle mit wlan ohne wlan es gibt verschiedene arbeitsspeicher größen es gibt die möglichkeit emmc hinzuzukaufen das sind kleine module wo eben die was ich vorhin erwähnt habe die sd karte ersetzt und man das betriebssystem eben auf diesen speicher installieren kann ich glaube mittlerweile gibt es da 32 unterschiedliche variationen von diesem compute modul eben mit ohne arbeitsspeicher mit größer ohne witter wie gesagt zum einfachen einstieg und zum einfachen nutzen würde ich persönlich immer diesen erst genannten raspberry pi 4 empfehlen nur man soll das mal gehört haben falls man jetzt irgendwo in den shop geht werden natürlich auch die compute module grad gut beworben weil viele basteln halt dann eben dieses format vielleicht sogar suchen weil es klein ist gut das zu den unterschiedlichen modulen oder beziehungsweise zu den unterschiedlichen modellvarianten von dem raspberry pi es gibt zu dem raspberry pi auch ganz ganz viel zubehör was sich über die jahre hin jetzt entwickelt hat es gibt ganze firmen die sich speziell darauf spezialisiert haben für diesen kleinen computer zusätzliche hardware zu bieten als beispiel hier mal ein ein kameramodul das ist das also ist mein kameramodul das ist noch eins der allerersten kameramodule die kann man eben zum beispiel dann über ein flachbandkabel mit dem raspberry pi verbinden über den vorhin genannten csi port und hat dann eben oder kann den raspberry pi dann eben in zum beispiel in eine netzwerk kamera umbauen hat die möglichkeit den raspberry pi draußen an die tür zu bauen und wenn jemand klingelt dass beispielsweise ein live stream auf das handy übertragen wird wo man vielleicht sogar die tür öffnen kann wie sowas funktioniert können wir uns vielleicht später nochmal anschauen oder funktionieren kann nichtsdestotrotz es gibt ganz viel zubehör die kamera ist nur ein spezielles zubehör teil das ist auch offiziell von der raspberry pi foundation selbst entwickelt worden und wird von denen auch vertrieben es gibt auch noch ein paar andere ein bisschen anderes zubehör was die raspberry pi foundation für den raspberry vertreibt das ist zum beispiel der sen set das ist ein relativ berühmter berühmter add-on das steckt man quasi oben auf den raspberry pi drauf dann werden wird dieser head also hut nenne ich es jetzt einfach mal auf deutsch mit dem raspberry pi verbunden über diese gpa leiste und kann darüber eben gesteuert werden also da ist dann zum beispiel ein gyroskop wenn mich nicht alles täuscht drinnen und es sind leds drauf und es gibt auch einen anderen head der nennt sich poe head und zwar der raspberry pi wird normalerweise wir probieren es wieder hier oben über einen usb c oder die älteren varianten über einen micro usb port mit strom versorgt und die aktuellen varianten von dem raspberry pi haben die möglichkeit auch über einen poe head mit strom versorgt zu werden das nennt sich power over ethernet da braucht man einen speziellen switch dafür eben und kann dann eben ohne dass man einen stromanschluss hat den raspberry pi auch über diesen head mit strom versorgen wie gesagt es gibt auch viele andere firmen die dazu viel zubehör entwickelt haben und auch auf den markt bringen angefangen von ganz speziellen einsatzzwecken wie jetzt zum beispiel dass man für den raspberry pi oben eben einen motordreiber draufstecken kann und dann kann man den raspberry pi relativ zügig zu einem elektrisch also zu einem fernsteuerbaren fahrzeug umbauen das heißt da sind die treiber drauf man muss die motoren einfach nur noch an diesen head anschließen ein paar zeilen programm code schreiben im prinzip das ist unter linux ja eigentlich überhaupt gar kein thema und schon fährt das ding halt zumindest grad aus die komplexität steigt dann normalerweise mit all je was man eben anschließt aber auch da kommen später mal zu den projekten weil das geht dann schon wieder eher in die richtung projekt was es auch noch gibt ist einen hi fi berry ich hatte vorhin ja ganz kurz erwähnt dass der 3,5 zoll klinken anschluss von dem raspberry pi nicht sehr stark leistung bringt und da gibt es eben tatsächlich auch einen head extra der für audiophile zu empfehlen ist den kann man sich kaufen der ist glaube ich sogar teurer als der raspberry pi selbst aber man hat darüber eben die möglichkeit zum beispiel spotify art zu spielen und vielleicht auch einen eigenen player zu machen oder zu bauen der direkt an der box hängt die das vielleicht vorher eben auch nicht konnte gut und was man eben auch eben sagen muss da gibt es verschiedene andere hersteller noch wie adafruit die bieten breakout boards die sehen ähnlich aus wie dieses kameramodul da sind Sensoren eben drauf die man an den raspberry pi anschließen kann und wo man sie anschließen kann das ist der nächste punkt und es gibt dann für fast jeg möglichen Anwendungszweck eben Sensoren von Gassensoren jetzt ganz aktuell die die Luftqualität messen bis hin zu Temperatursensoren die eben Temperatur messen oder Luftfeuchtigkeitssensoren also es gibt sogar welche die Strom messen also das heißt über einen Hallsensor der an den raspberry pi angeschlossen wird kann man eben erkennen wie viel Strom im Moment durch diese einzelne Ader beispielsweise läuft also es ist wirklich fancy was es dafür alles mittlerweile gibt und wie einfach es zum anschließen ist und diese Firmen schmeißen normalerweise nicht nur dieses Board auf den Markt sondern und das ist auch immer ganz möglich gerade bei Adafruit die nehmen auch ein Stück Software mit in die Hand und geben Beispiele wie man eben dieses Stück Hardware inklusive der Software dann eben wenn man es angeschlossen hat auch benutzt und diesen Codeschnipsel den man dann bekommt den kann man dann in eigene Programme beispielsweise mit einbauen und hat direkt was funktionierendes ohne dass man sich riesengroß in die Sachen eindenken muss also wie gesagt da sind wir dann vielleicht sogar auch bei eher dem anderen Vortrag den ich am Samstag halten werde die offenen Bibliotheken von solchen Hardware Herstellern sind auch super wichtig aber wir gehen nochmal auf die Breakout Boards ein wo schließt man die eben an und wir hatten es vorhin ja auch ganz kurz schon öfters mal gesagt es gibt diese GPIO Leiste und diese GPIO Leiste bei dem Raspberry Pi ist eigentlich auch das Besondere was ihn so erfolgreich gemacht hat also der Raspberry Pi ist nicht nur ein normaler Computer wo man jetzt Linux installieren kann und eben Linux probieren kann und sich auch in dieser Welt mal zurechtfinden kann wenn man es eben nicht vorhat direkt seinen eigenen Rechner mit Linux zu installieren beziehungsweise parallel zu installieren wie man es eben auch gerade gesehen hat sondern man kann das Teil eben dafür nutzen ok GPIO Leiste gehen wir mal da drauf einfach jetzt ein das ist das konkrete Beispiel das ist diese Leiste hier oben das ist auch das was bei dem Raspberry Pi 400 nach außen geführt wird und diese GPIO Pins die lassen sich frei programmieren also das ist eine Schnittstelle für Ein- und Ausgaben so nennt sich es auf Deutsch und im Prinzip kann ich eben sagen pass auf der eine PIN ganz oben links ist jetzt ein blödes Beispiel irgendwo in der Mitte der hat eine Nummer und dem sage ich du bist jetzt high also das heißt da liegt ein Pegel von 3,3 Volt an oder du bist low da liegt dann ein Pegel von 0 Volt an und so kann man als meistens erstes Projekt relativ einfach eine LED zum Blinken bringen oder eine LED erstmal zum also einschalten und danach vielleicht zum Blinken bringen und wenn man das Ganze etwas weiter ausbaut dann baut man eine Ampelschaltung und irgendwann eskaliert das Ganze wie ich dann später vielleicht nochmal zeigen werde über diese GPIOs lassen sich aber auch zusätzliche Sensoren anschließen also das heißt die spezielle Schnittstellen brauchen also beispielsweise ein Temperatursensor da gibt es einen ganz berühmten der hat eine ganz kryptische Bezeichnung der nennt sich DS1820 oder B20 der wird über die OneWire Schnittstelle entsprechend bedient und die kann man eben auch in dem Raspberry Pi aktivieren wie das geht zeige ich dann und diese Schnittstelle ist dann da oder besser gesagt dieser GPIO Pin kann dann tatsächlich diese Schnittstelle bereitstellen also das heißt sie sind nicht nur ganz dumm ein aus sondern sie haben wirklich auch noch Logik dahinter und es gibt auch noch andere Schnittstellen die der Raspberry Pi bietet wie zum Beispiel i4c das ist dann wenn man die guten alten Kaffeeautomaten kennt wo so ein kleines Zeilendisplay drinnen ist die sind meistens über i4c angeschlossen oder eine UART Schnittstelle die kann man dafür nutzen um eben eine Konsole darzustellen tatsächlich also dieses Login Prompt was man von Linux kennt und zwar bevor überhaupt ein normales Bild über die über die HDMI Ausgänge rausgeht oder falls tatsächlich mal über den HDMI Ausgang gar nichts rausgeht also könnte man da drüber sich das ganze abgreifen und eben entsprechend anzeigen lassen genau also die GPIO Leiste ist im Prinzip das warum der Raspberry Pi heute so erfolgreich ist sind mittlerweile 11 Billionen Exemplare verkauft worden von dem Gerät und angefangen hatte das ganze mal dafür oder damit dass der eben Abton das ist der Erfinder von dem Ganzen festgestellt hatte dass weniger Informatik Studenten sich in der Universität in Cambridge einschreiben und er wollte eben eine Möglichkeit schaffen dass sich Kinder das Programmieren selbst beibringen können oder Jugendliche wie auch immer und eben für diese Main Fächer sich begeistern und dadurch dass die Einstiegshürte nicht so hoch sein sollte hatte er eben quasi den Raspberry Pi entwickelt der auch vom finanziellen Faktor her mit den 35 Dollar eben nicht so teuer sein sollte gut gehen wir aber mal auf das Betriebssystem ein weil wir sind ja jetzt heute beim Linus Presentation Day und wir wollen uns ja auch damit mal befassen der Raspberry Pi ich hatte es vorhin erwähnt wird auf einer Micro SD Karte installiert oder auf einer SD Karte hier das Modell was ich gewählt habe war mein allererstes es läuft heute übrigens immer noch das hat tatsächlich noch eine normale SD Karte als als Anschlussart und mir ist leider der 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 Port davon abgebrochen das konnte ich glücklicherweise wieder reparieren also läuft er jetzt immer noch und er tut das was er soll und das tut er sehr zuverlässig zum Betriebssystem selber der Raspberry Pi läuft eigentlich überwiegend auf Linux oder auf Android ein normales Windows 10 oder Windows 11 läuft auf dem Raspberry Pi nicht man wäre jetzt ganz 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 gespannt vielleicht Heise oder Golem verfolgt wird sicherlich auch vor kurzem einen Artikel gelesen haben dass es Entwickler gibt die auf Github etwas ein ein Installations Skript sag ich mal geschrieben haben um Windows 11 auf dem Raspberry Pi laufen zu lassen das ist auch schön und gut das funktioniert glaube ich mittlerweile sogar auch ganz angenehm dass es überhaupt läuft aber man hat halt gar keine Möglichkeit das System dann zu nutzen und solange wie das nicht gegeben ist muss man ganz ehrlich sagen ist man mit Windows auf dem Raspberry Pi total fehlbedient und die ARM Architektur ist eben eigentlich für diesen Umstand zuständig warum Windows eben nicht läuft und zwar Windows ist ja eigentlich nur auf x86 oder x64 lauffähig es gibt ein paar Ausnahmen es gibt ja auch Linux für ARM und diesen Umstand machen sich eben diese Kollegen von die dieses Github Installations Skript geschrieben haben zu Nutze um das Ganze eben zum Laufen zu bringen nichtsdestotrotz ganz wichtig auf dem Raspberry Pi würde ich persönlich ausschließlich Linux empfehlen welche Variante welche Derivate es da gibt da kommen wir gleich noch drauf für den für die älteren Raspberry Pis also das 2 und das 3 hat auch wirklich Microsoft selbst mal was entwickelt und das hat er sich Windows IoT genannt das hat aber mit eigentlich mit dem normalen Windows nichts zu tun gehabt also das gab da keine grafische Oberfläche wo man arbeiten konnte sondern es war eigentlich wirklich eine reine Entwicklungsumgebung und die Entwicklung von diesem Windows IoT ist auch mittlerweile aufgegeben worden also sprich es gab nach dem Raspberry Pi 3 auch 3 Plus und jetzt eben die Version 4 und die werden eben alle schon nicht mehr davon unterstützt also ich denke das Projekt von Microsoft ist in dem Fall tot gut ich hatte kurz angesprochen gehabt dass es verschiedene Derivate von von dem Raspberry Pi gibt es sind ungefähr 50 ich denke die Zahl wird relativ stark oder steigt oder verändert sich dauernd es gibt welche die sind extrem spezialisiert und es gibt eben welche die sind ja halt ganz normale Windows Linux Derivate zu den speziellen da möchte ich mal ein zwei Sätze sagen da gibt es zum Beispiel dieses OSMC und OSMC ist zum Beispiel ein Multimedia Sender das heißt ich installiere auf diese SD Karte OSMC und ich schalte dann Raspberry an und ich kriege direkt die Oberfläche von einem Multimedia Sender habe da drinnen die Möglichkeit Videos abzuspielen gegebenenfalls Musik abzuspielen ich glaube das ich glaube das nennt sich Kodi das Ganze was da wo drauf das Ganze dann passiert ich nutze es selbst nicht es gibt auch Volumino das ist ein Musikplayer im Prinzip wird der Raspberry da zur Musikabspielstation man kann einfach eine ja eine Box anschließen am besten nutzt man dann allerdings auch noch einen HiFi Berry Head eben um eine richtig gute Qualität daraus zu bekommen dann auch ein ganz 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 beliebte Version oder spezielle Variante ist RetroPie nennt sich das Ganze und zwar ist es eine Spiele Emulation das heißt man kann auf dem Raspberry Pi dann alte Spiele spielen so PlayStation 1 Spiele oder noch viel älter wichtig ist da dazu man hat einen Emulator dadurch die ROMs die man benötigt um die Spiele zu spielen die muss man allerdings selbst haben und wer sie aus dem Internet lädt könnte sich strafbar machen weil es dann natürlich Urheberrechte gibt nichtsdestotrotz ein paar sind bei RetroPie dabei die sind eben offen und die kann man benutzen und alle anderen ROMs müsste man halt wenigstens im Original haben gut dann gibt es DietPie das ist eine spezielle Variante von einem normalen Linux und zwar ist es wie der Name schon sagt extrem leichtgewichtig also da laufen nur die ganz wichtigsten Dienste und es ist extrem klein und natürlich auch relativ flink gerade auf dem kleinen Raspberry der nicht die beste Performance eben hat kann man dadurch natürlich noch etwas mehr für seine Projekte rausholen und selbst Kali Linux das was eigentlich niemand nutzen sollte außer er ist Sicherheitsforscher auch selbst für den von Kali Linux gibt es eben eine Variante für den Raspberry Pi also man sieht der Raspberry Pi ist sehr sehr populär wenn selbst für so spezielle Varianten Betriebssysteme dafür entwickelt werden oder umgebastelt wie auch immer man das nennen mag kompiliert keine Ahnung genau das wichtigste Betriebssystem oder Derivat was man eben bei dem Raspberry Pi hat ist allerdings von der Foundation selbst und zwar nennt sich das ganze Raspberry Pi OS das ist von dieser Linux von dieser Raspberry Pi Foundation selbst gepflegt und basiert auf Debian als Untergrund es gibt davon immer drei Varianten einmal full einmal normal das ist einfach nur mit Desktop und einmal Raspberry Pi OS Lite das ist dann komplett ohne Desktop das ist für den Headless Betrieb also sprich ohne Bildschirm und was man sich installieren sollte wenn man es nutzen möchte würde oder Linux an sich probieren möchte würde ich natürlich immer zu full oder mit Desktop erstmal empfehlen weil man hat dann die Möglichkeit auch ganz normalen Bildschirm anzuschließen und kriegt ein Bild und kann in der grafischen Benutzeroberfläche eben arbeiten kann sich vielleicht dann auch später was ich wo ich gleich nochmal drauf eingehe auch in der Konsole mal ein bisschen zurecht finden und wenn man die richtig gut beherrscht und man braucht eigentlich den Bildschirm für sein Projekt nicht dann kann man natürlich sagen okay und jetzt bin ich soweit ich habe es geschafft ich kann auf Raspberry Pi OS Lite wechseln man braucht gar keine Desktop Umgebung mehr und spar dadurch eben relativ viele Ressourcen die von der Desktop Umgebung natürlich aufgefressen werden wobei man immer sagen muss die Desktop Umgebung selbst ist das maximal leichtgewichtigste was es glaube ich in Linux gibt und zwar basiert dieser Desktop auf lx.de und ja ist jetzt nicht sehr hübsch aber funktional und darum geht es dann was ist der Unterschied zwischen Raspberry Normal und Raspberry Pi Full also diese Vollversion da sind ein paar Programme speziell noch dabei die normalerweise Geld kosten also zum Beispiel Mathematica oder Wolfram das sind spezielle Programme die kosten normalerweise Geld und sind auf dem Raspberry Pi aber kostenlos mit enthalten wenn man jetzt die normale Version installiert hat und eben diese zusätzlichen Programme noch möchte hat man aber immer noch die Möglichkeit die Programme nachträglich zu installieren wie das geht schauen wir uns dann auch nachher nochmal an und Veränderungen am System die man überhaupt vornehmen möchte das macht man etwas anders wie vielleicht bei einem normalen Computer die werden immer über diese bootconfig.txt vorgenommen auch das muss man aber nicht mit der Hand immer machen auch da gibt es mittlerweile grafische Unterstützung und Hilfe von dem Computer um das Ganze durchführen zu können auch das schauen wir uns dann gleich nochmal an gut wie installiert man jetzt das Betriebssystem für den Raspberry Pi das Betriebssystem wird an sich beim Raspberry Pi gibt es erstmal kein BIOS es gibt kein UFI sondern der Raspberry Pi wird über den ich sag's jetzt mal ganz platt über die Grafikkarte gebootet also was komplett anderes zu einem normalen Computer ist auch vielleicht etwas einfach ausgedrückt das Ganze läuft über den CPU-Core weil es eben ein ARM-Sock ist aber man muss gar nicht genau wissen wie das läuft sondern wichtig ist es gibt kein BIOS und kein UEFI die Installation funktioniert eben deswegen anders es wird auch zwingend ein anderer Computer ein normaler anderer Computer benötigt und zwar deswegen weil man eben dieses Image das es für den Raspberry Pi gibt direkt auf die SD-Karte schreibt oder halt auf den USB-Stick neuere Varianten können auch über USB booten nichtsdestotrotz man braucht eben mindestens einen Computer und wie das Ganze dann funktioniert das schauen wir uns jetzt einfach mal an und zwar gibt es dafür selbst von der Raspberry Pi Foundation den Raspberry Pi Imager nennt sich der und hier gibt es auch für relativ einfach gemacht paar Schaltflächen und zwar drei Stück um genau zu sein die direkt hervorheben man hat einmal die Möglichkeit erstmal das Betriebssystem zu wählen das heißt man kann sich hier die Empfehlung sag ich mal einfach anklicken dann wird die runtergeladen und auf die SD-Karte geschrieben oder man hat sich selbst schon mal eine ein Image runtergeladen und hat dann eben die Möglichkeit hier über eigenes Image ein Image zu installieren ich nehme bewusst jetzt mal nicht das oberste Image weil ich müsste sonst noch laden nebenbei ich nehme bewusst mal anderes Image und man sieht ich habe selbst einen Ordner dann nennt sich Raspberry Pi OS Lite und ich habe verschiedene ältere Versionen auch noch vorrätig aber gut ob man die speichern muss ist was anderes und wir nehmen jetzt einfach mal diese Lite Version klicken die an das heißt er würde die als Image nehmen danach muss ich mir aussuchen wo ich denn dieses Image hinschreiben möchte ich habe jetzt hier bei mir in meinem Computer eine 16 Gigabyte micro SD-Karte eingelegt und zwar über ein USB-Gerät die muss man noch auswählen wichtig ist dabei man sollte aufpassen was man auswählt wenn man jetzt zum Beispiel noch eine externe Festplatte dran hängen hat wo man seine Datensicherung eben mit durchführt und man wählt die aus ist die Datensicherung danach weg aus dem Grund wirklich erstmal also zweimal denken einmal klicken gut man hat jetzt die Möglichkeit direkt auf Schreiben zu klicken dann wird das Image auf den auf diese SD-Karte geschrieben man hat aber auch gleichzeitig noch die Möglichkeit innerhalb von dem Gerät die Möglichkeit Voreinstellungen zu treffen die einem das Leben vielleicht einfacher machen können und zwar gibt es die Möglichkeit dass man dem Raspberry Pi hier direkt schon die WLAN-Daten mit gibt und man steckt dann im Prinzip in dieses Gerät also in den Raspberry nur noch die SD-Karte eben ein auf der Rückseite schließt Strom an und der Raspberry Pi verbindet sich dann automatisch mit seinem eigenen WLAN wie das funktioniert man hat ja hier keine Schaltfläche dafür gibt es eine spezielle Tastenkombination und zwar drückt man STRG Großschreiben und X und dann öffnet sich ein zusätzliches Fenster wo man eben das Betriebssystem modifizieren kann man hat die Möglichkeit den Hostname zu ändern also direkt den Namen von dem Computer man hat die Möglichkeit den SSH-Zugang zu aktivieren das ist ein Zugang den man braucht wenn man jetzt beispielsweise Headlers das Ganze betreibt um über eine Konsole von entfernt also über eine entfernte Konsole auf diesen Raspberry zuzugreifen hat dann auch gleichzeitig die Möglichkeit eben entweder ein Public Care also ein Zertifikat würde ich jetzt einfach mal ganz platt sagen hinzuzufügen oder sein Passwort eben selbst zu wählen man hat die Möglichkeit eben das habe ich schon gesagt das WiFi einzurichten und das Passwort eben entsprechend mit einzutragen man kann sich auch das Passwort anzeigen lassen und man sollte sich auch gleich das richtige WiFi-Land wählen hat eben was mit Lizenzen zu tun glaube ich von der Bundesnetzagentur dass man eben die richtigen Kanäle belegt und wenn man damit durch ist klickt man einfach auf Speichern und auf Schreiben er fragt auch tatsächlich nochmal nach dass jetzt eben die Daten darauf geschrieben werden würden und wenn ich das Ganze mit Ja bestätige dann passiert auch dieser Schreibvorgang und Raspberry Pi OS Lite hat glaube ich so 1,7 Gigabyte in der gepackten als Image und wenn man es entpackt keine Ahnung müssten es so 2 Gigabyte sein was dann auf der Festplatte landet also das heißt es sollte relativ zügig geschrieben worden sein Festplatte ist in dem Fall gleichzusetzen mit SD-Karte gut wenn das Ganze geschrieben ist kriegt man normalerweise noch ein du hast es geschafft und du kannst die SD-Karte eben jetzt rausnehmen und in den Raspberry Pi stecken und gut er verifiziert jetzt sogar das Ganze nochmal und wenn das Ganze eben dann tatsächlich in den Raspberry Pi gesteckt worden ist dann schauen wir uns einfach das Ganze nochmal etwas an man sagt immer aller Anfang ist schwer wie gesagt der Raspberry Pi ist kann wie ein klassischer Computer genutzt werden also man hat dann eine Benutzeroberfläche die zeige ich dann auch gleich ich finde ihn ideal um Linux eben um das um Linux erstmal auszuprobieren und auch in die Welt des Bastelns einzutreten das ist eigentlich so das warum ich auch wie ich auch dazu gekommen bin auf der grafischen Oberfläche kann es kann man ganz normal wie gewohnt arbeiten ich denke das haben wir vorhin eben gesehen wie man auf einem Linux System arbeiten kann und es ist tatsächlich so auch wenn der Raspberry Pi recht schwach auf der Brust ist er kann Full HD Videos wiedergeben weil er eine Hardware Beschleunigung hat also zumindest für den Standard H264 genau wie sieht der Raspberry Pi jetzt aus das gucken wir uns gleich an und zwar haben wir jetzt erstmal unsere SD-Karte erfolgreich beschrieben wir können sie jetzt aus dem Lesegerät raustun in den Raspberry stecken und ihn anstecken wie das Ganze dann ausschaut über VNC also sprich Remote zu einem anderen Rechner das habe ich jetzt schon mal hier vorbereitet das ist eins von meinem Projekt das ist einer von meinen Projekt Raspberries da läuft tatsächlich eine grafische Oberfläche drauf weil er manchmal einen Video Stream von meiner Netzwerkkamera darstellend er ist explizit so konfiguriert dass das man eigentlich nicht sieht außer dass Kamera nicht erreichbar ist und dieses Hintergrundbild sollte man eigentlich nicht sehen wenn er den Stream zeigt deswegen blendet er auch automatisch die Taskleiste eben aus aber wie man sehen kann sieht es eben ähnlich wie bei Linux Mint aus was wir vorhin gesehen haben wir haben hier den Button um seine Programme anzuzeigen die man eben installiert hat und starten kann wie jetzt beispielsweise den Chromium Browser oder den VLC Player man hat hier rechts eben die Uhrzeit hat hier auch nochmal die Möglichkeit die Netzwerkverbindung zu konfigurieren der alte Raspberry den ich jetzt hier im Einsatz habe der hat tatsächlich kein WLAN deswegen ansonsten würde man hier eben auch tatsächlich das WLAN Zeichen nochmal finden und könnte auch dort sich nochmal in ein zusätzliches Netz einwählen er hat hier die Möglichkeit für eine um eine Konsole zu öffnen das machen wir jetzt auch nochmal ganz kurz einfach nur dass wir es mal sehen und eben in der Konsole zu arbeiten da eben die Konsolenbedienung zu nutzen und zu probieren wenn man später vielleicht mal nur noch Headless betreiben möchte und es gibt auch im Grafischen eine Möglichkeit unter Preferences Raspberry Pi Konfiguration zusätzliche Einstellungen vorzunehmen die wir jetzt nicht direkt beim Image erstellen machen konnten der Hostnehmenden hatten wir ja gesehen dass wir den eben tatsächlich vorher schon hätten ändern können aber es gibt auch die Möglichkeit weitere Einstellungen zu treffen also beispielsweise dass der Raspberry Pi zu dem Desktop bootet also hier in die grafische Oberfläche dass er sich automatisch einloggt jetzt beispielsweise mit dem User Pi in dem Fall das ist der Standard User oder dass er eben einfach nur dieses Login Prompt gibt wo man tatsächlich dann eben seinen User eintragen muss also sprich wie bei einem ganz normalen Linux man hat eben die Möglichkeit eine Auflösung von dem Bildschirm zu setzen und Sachen wie zum Beispiel Underscan heißt wenn jetzt irgendwo ein schwarzer Bildschirmrand wäre dass man eben dieses Bild streckt bei ganz hochauflösenden Monitoren kann man Pixel Tabeling machen das heißt da geht es dann eben darum dass man keine Brille braucht sondern das normal lesen kann auch wenn man auf einem 4K Monitor arbeitet und hier hat man die Möglichkeit Interfaces einzustellen also sprich SSH beispielsweise oder VNC das ist das Programm was wir jetzt eben gerade hier nutzen man hat aber auch die Möglichkeit spezielle Schnittstellen zu aktivieren die über dieser GPIO-Leiste laufen und das ist zum Beispiel I2C oder dieses OneWire man hat die Möglichkeit in Raspberry Pi verschiedene Versionen zu übertakten da kommt es halt darauf an welche Version man eben hat werden hier unterschiedliche Möglichkeiten zum übertakten angeboten man sieht ich habe hier nutze hier noch einen Raspberry Pi 2 in dem Fall der hat nur 900 Hz und auch nur einen Kern der ist nicht sehr schnell nichtsdestotrotz reicht er vollkommen dafür aus was er eigentlich als Aufgabe hat und man hat hier hinten noch die Möglichkeit dann als erstes die Lokation und das K-Port und die Sprache einzustellen wie man sieht habe ich das nicht gemacht weil ich den Raspberry Pi einfach tatsächlich nur als Anzeige in dem Fall nutze und zwar hier um den Stream anzuzeigen gut nichtsdestotrotz wollte ich einfach noch einmal nach nochmal zeigen wie man Software installieren kann falls man eben jetzt zum Beispiel Mathematikern noch installieren möchte weil man sich die normale Version installiert hat auch hier gibt es die Möglichkeit unter Preferences Recommended Software eben sich das Ganze anzeigen zu lassen es dauert immer ein bisschen das ist wie gesagt noch ein Raspberry Pi 2 der ist nicht der schnellste nichtsdestotrotz um es reinzufinden finde ich persönlich ist es ganz wichtig und der Vierer hat vier Kerne da geht das Ganze natürlich deutlich schneller gut wenn er irgendwann mal sich zu Ende geupdatet hat und Pakete gefunden hat zeigt er auch an was man denn installiert hat und was man noch installieren möchte er hat es geschafft und auch hier hat man zum Beispiel die Möglichkeit eben diese komplette LibreOffice Suite zu installieren das heißt ich mache einen Haken dran und klicke auf Apply und dann wird das Ganze eben installiert oder Mathematikern oder Minecraft wer gern spielt ja also nichts was man nicht am Anfang probieren könnte und hinbekommen würde ich drücke jetzt bewusst nicht auf Apply weil das wie gesagt ein Raspberry Pi 2 ist da würde LibreOffice etwas länger zum installieren brauchen und ich brauche es dann später eigentlich nicht mehr gut das ist die grafische Bedienung von einem Raspberry Pi allerdings ist die grafische Bedienung das eine und an viele Optionen kommt man eigentlich gar nicht über die grafische Oberfläche ran und dafür ist es dann eben wichtig dass man die Kommandozeile sich oder mit der Kommando lernt mit der Kommandozeile zu arbeiten sagen wir es mal so die Lernkurve ist dabei meistens steil aber sie flacht mit der Zeit eben ab es gibt auch ganze Programme die gibt es gar nicht auf der grafischen Oberfläche die gibt es einfach wirklich tatsächlich nur in der Konsole man nennt die Konsole das Schweizer Taschenmesser und das ist tatsächlich auch wahr man muss sich sicherlich intensiv einarbeiten das gebe ich zu aber es ist wichtig und ich persönlich habe es nie bereut wenn ich es gemacht habe und wie kann man das Ganze eben tun? das habe ich vorhin schon gezeigt wenn man den Raspberry erstmal mit einer grafischen Oberfläche installiert kann man einfach hier über das Terminal arbeiten und dann eben sich zum Beispiel die Dateien anzeigen lassen die drauf laufen man hat die Möglichkeit ich lasse es so erstmal weil ich die Sprache nicht umgestellt habe also ich benutze diese Konsole hier so nie ich gehe immer von außen per SSH drauf wenn man nämlich quasi mal wirklich tatsächlich die Konsole beherrscht hat man dann eben die Möglichkeit zum Beispiel über wenn man Windows immer noch nutzen möchte über PuTTY die Möglichkeit dann sich auf dem Raspberry Pi anzumelden und dort dann beispielsweise seine Programme auszuführen oder spezielle Programme das ist jetzt selbst was geschriebenes was im Prinzip aber ist ja egal die Konsole ist eigentlich das Wichtigste lernt es es lohnt sich gut jetzt ganz kurz zur Konsole und wie es sich lohnt da würde ich sagen gehen wir jetzt einfach mal tatsächlich auf ein paar Projekte von mir ein die ich mit dem Raspberry Pi umgesetzt habe die mir eben überhaupt erstmal die Welt in Linux eröffnet haben und das allererste Projekt das war eben noch dieser allererste Raspberry Pi den ich hier hatte und hier auf diesen kleinen Breakout oder auf diesem Breadboard wie sich das Teil hier nennt ist ein kleiner Temperatursensor und man sieht auf der rechten Seite tatsächlich auch die Konsole und das war mein allererstes Mal dass ich mit der Konsole in Verbindung gekommen bin in Form von einer Anleitung danach habe ich mal angefangen mir so kleine Cheat-Seiten für die Konsole herunterzuladen um ein paar Grundbefehle eben zu kennen und habe mir eben hier einmal diesen Sensor den ich jetzt hier angeschlossen habe ausgeben lassen und auch man erkennt es vielleicht recht schwierig aber hier was unter T ist gleich und dann die Zahlen steht ist die Temperatur die der Sensor eben misst wenn man die durch 1000 nochmal teilt und man hat gesehen oder man sieht es vielleicht jetzt hier auf dem Bild auch wenn es klein ist ich hatte 21 Grad und wenn man mit dem Finger einfach mal auf den Temperatursensor gegangen ist war der eben tatsächlich ist der Wert nach oben gegangen und so konnte ich das allererste Mal und da war ich super stolz drauf in einem Betriebssystem was ich nicht gekannt habe in der Temperatur mir ausgeben lassen und habe das dann eben weiterverwendet um zu meinen normalen Projekten zu kommen und ich hatte es vorhin schon erläutert ganz kurz Projekte eskalieren recht schnell mit dem Raspberry Pi so auch meine einfach nur mal als ganz kleine Anekdote so kann das dann aussehen wenn man sich mal fünf Jahre mit befasst hat man sieht hier den Raspberry Pi und vielleicht noch ein paar Sachen die man aus dem Elektro also aus dem Elektrobereich kennt richtige Relais auf einer Hutschiene man hat man sieht vielleicht auch hier nochmal ein Zeilen Display das eben darüber angesteuert wird man sieht hier unten einen kleinen Motortreiber der dann tatsächlich auch was beim Motor also einen Motor hin und her fahren lässt und das ist mit dem Raspberry Pi möglich und zwar jetzt in dem Fall Headless wie man sieht da ist kein richtiger Bildschirm dran der mir irgendwelche Zeilen oder Möglichkeiten gibt um was auszugeben um Programme laufen zu lassen sondern das Ganze läuft eben alles über die Konsole also meine ganzen Programme die dann geschrieben worden sind laufen über die Konsole und eine Ausgabe erfolgt dann eben entweder über eine Homepage die können wir uns auch gleich nochmal anschauen oder eben über dieses Zeilen Display hier sieht man das ganze System mal in an also auf dem Zeilen Display sind dann tatsächlich auch Werte und zwar Temperaturwerte damit habe ich eben wie gesagt auch angefangen und die begleiten mich tatsächlich noch heute bei meinen Projekten und so Zwischenstände von verschiedenen Projekten kann man hier mal sehen also das heißt ja schön ist es nicht man hat irgendwann auch mal die Möglichkeit nicht mehr oder den Überblick nicht mehr wie sowas ausschauen kann und dadurch dass ich diesen Überblick eben nicht mehr hatte habe ich mich dann entschieden das nochmal neu zu machen und etwas aufgeräumter darzustellen das Ganze was wir uns jetzt gerade angeschaut hatten im Live ist im Prinzip meine Kamerasteuerung die ich eben habe hier ist mein Raspberry der ist an einem an einem hier Terrarium angebracht aber einfach nur damit man ihn verstecken kann und oben ist quasi der Bildschirm das ist ein kleinerer Bildschirm den ich mir jetzt eben über Remote hergeholt hatte um es euch mal zeigen zu können und hier daneben ist so eine grafische das nennt sich Folientastatur mit der ich eben die Kamera dann hin und her steuern kann was man mit einem kleinen Raspberry machen kann als Beispiel das ist hier eine Webcam zu bauen das hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz erklärt nur die Webcam habe ich tatsächlich in einen einen Nistkasten eingebaut und ich hatte dieses Jahr auch tatsächlich wirklich Besuch in dem Nistkasten es wurden acht Eier gelegt sieben sind geschlüpft fünf haben es tatsächlich auch wirklich überlebt und das ist sehr schön gewesen das zu sehen vom Ei bis zum fliegenden Vogel also es war immer wieder sehenswert von dem her gesehen sollte man glaube ich da auch nicht nachlassen und meiner Meinung nach ich finde den Raspberry super als Einstieg jetzt als kurzes Fazit zu dem ganzen Thema und es gibt so viele Anleitungen es ist die Einstiegshürte mit der SD-Karte zu beschreiben anzustecken und dann einfach mal in Linux loszulegen die ist so gering meiner Meinung nach auch deutlich geringer als es auf seinem normalen PC zu machen weil man hier einfach die Möglichkeit hat wenn es kaputt ist nimmt man halt eine andere SD-Karte und beschreibt die neu man hat die Möglichkeit zum Beispiel Ubuntu und Raspbian oder Raspberry Pi OS nennt sich es ja jetzt zu probieren und zwar innerhalb von einer Minute das sind beide beschrieben ich möchte in Raspberry Pi OS nicht mehr zieh die SD-Karte raus, steck Ubuntu rein starte das Teil neu und es funktioniert gut wenn es noch Fragen gibt bin ich gern für die Fragen da natürlich weiß ich nicht wie ich die Fragen kriege ich schaue da gerade mal nach gut jetzt kommt die Frage wo kann man die Videos später ansehen auf dem Linux-Guides YouTube-Kanal aber wir tun auch nochmal alle gegebenenfalls beziehungsweise alle nochmal schneiden die dann alle nochmal separat hochgeladen werden entweder Keylooks-Kanal oder YouTube Linux-Guides-Kanal je nachdem ansonsten so richtig Fragen zu dem Thema habe ich bis jetzt nicht gesehen dann erstmal dir herzlichen Dank Stefan war ein sehr interessanter Vortrag ich muss sagen werde ich mir auch nochmal tatsächlich mein Raspberry Pi aus der Schublade packen und ja dann würde ich sagen gehen wir gleich zu der Moderatoren-Szene über bei YouTube und ja bis gleich und dann bei 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 Vielen Dank.